...eins im fünften Gang mit etwa 230 Stundenkilometern. Bremse kurz vor der 100-Meter-Marke zunehmend und nimm den ersten linken Teil der Kurve im dritten Gang. Schneide den Fahrbahnrand sanft im Scheitelpunkt und schalte dann runter in den zweiten Gang. Im rechts abbiegenden Teil der Kurve musst du die sehr hohe Curve beachten. Wenn du sie berührst, kann sie dich aus der Linie werfen und deine Ausfahrt aus der Kurve stören. Gib Gas und schalte schnell in den dritten, wenn du in Richtung Kurve 2 beschleunigst. Kurve 2 wird meist im dritten Gang mit gleichmäßigem Gas bei etwa 125 durchfahren. Bremse früher als es nötig scheint und vermeide es um jeden Preis, den brutalen Curb links im Kurvenausgang zu touchieren. Nach dem Scheitelpunkt kannst du sanft beschleunigen und in Richtung Kurve 3 in den vierten schalten. Kurve 3 ist eine langsame S-Kurve mit rechts-links Verlauf, die hohe Präzision erfordert. Nimm die Kurve im zweiten Gang mit etwa 115 kmh. Bremse früh, schlag dann ein und lass den Wagen ruhig etwas auf den linken Fahrbahnrand im Scheitelpunkt ziehen. Wenn du wieder Gas gibst, kannst du den Wagen auf die rechte Seite der Piste lenken und etwas Curb im Ausgang rechts mitnehmen. Kurve 4 ist eine langgezogene, sehr schnelle Rechtskurve. Du erreichst den Kurveneingang mit etwa 200 Stundenkilometern im vierten Gang. Bleibe dicht am rechten Rand der Piste. Schalte in den fünften und zieh den Wagen im Scheitelpunkt auf die linke Seite. Schalte dann in den sechsten und bleibe links, bis du Kurve 5 anfährst. Kurve 5 Diese schnelle Rechts-Links-Schikane verlangt absolute Konzentration, Genauigkeit und vollen Einsatz. Wenn du etwa 150 Meter vor der Kurve bremst, hast du etwa 250 kmh auf dem Tacho. Schalte runter in den dritten und jag den Wagen mit etwa 150 gerade durch die Schikane. Die fahrbaren Begrenzungen kannst du dabei ignorieren. Dann beschleunigst du hoch bis zum vierten Gang, bevor du bei Kurve 6 wieder bremsen musst. Kurve 6 ist eine verhältnismäßig langsame S-Kurve. Du kannst diese Links-Rechts-Kombination wahlweise im zweiten oder im dritten Gang fahren. Gleichmaß ist hier das Stichwort. Halte das Gas gleichmäßig bis weit hinter den Scheitelpunkt. Mit einem guten Setup kannst du knapp 130 in dieser Kurve machen und ruhig viel vom Kerb nutzen. Bleib im Kurvenausgang auf der linken Seite der Piste und beschleunige in Richtung Kurve 7. Kurve 7 Diese extrem schnelle, langgezogene Rechtskurve kannst du mit Vollgas nehmen. Lass das Fahrzeug im Kurvenausgang auf die rechte Fahrbahnseite driften. Sonst kostet dich der Lenkausschlag wertvolle Geschwindigkeit in der Anfahrt auf Kurve 8. Kurve 8 ist eine weitere Schikane, die volle Aufmerksamkeit und Präzision verlangt. In dieser schnellen Links-Rechts-Kombination gilt es, Geschwindigkeit zu halten und dabei sauber aus der Kurve zu kommen. Du bremst 150 Meter vor der Kurve, von knapp 260 kmh herunter. Schalte in den Dritten. Nimm so viel Seitenrand wie möglich und sieh zu, dass du im Kurvenausgang nicht zu weit nach links ziehst. Sonst drohen Kiesbett und Leitplanke. Wenn du die Schikane überstanden hast, heißt das Gas geben, und zwar bis zur Kurve 9. Kurve 9 Diese sehr schnelle, langgezogene Rechtskurve ist eine echte Herausforderung für die Federung und die Aerodynamik deines Wagens. Du kannst die Biegung mit Vollgas am rechten Rand fahren. Ziel muss es sein, mit maximaler Geschwindigkeit auf die letzte lange Gerade vor der Ziellinie einzubiegen. Den Kurveneingang erreichst um vierten Gang, mit etwa 195 kmh. Gib weiter Gas und nimm den Scheitelpunkt an der rechten Seite der Piste. Schalte weiter bis in den sechsten Gang und lass den Wagen langsam wieder auf die linke Seite der Fahrbahn ziehen. Kurve 10 ist eine mäßig langsame Rechts-Links-Kurve. Du bremst etwa 150 Meter vor der S-Kurve bei etwa 275 kmh im sechsten Gang. Mach eine Vollbremsung. Wechsle dabei in den zweiten Gang und zieh mit 120 kmh durch den Scheitelpunkt. Gib zunehmend Gas. Schalte hoch in den dritten, bleib auf der rechten Seite und bereite dich auf Kurve 11 vor. Kurve 11 Diese Links-Rechts-Kurve führt auf die Zielgerade. Du fährst die S-Kurve am besten im dritten mit etwa 135 kmh an. Nimm viel vom Seitenrand zur linken mit. Auch im Scheitelpunkt der folgenden Rechts-Kurve kannst du weit auf die Fahrbahnbegrenzung rauf. Achte aber darauf, dass du sauber aus der Kurve herauskommst. Gib dann Vollgas auf dem kurzen Sprint vorbei an der Boxengasse. Du endst im fünften Gang.